Japan, das Land der aufgehenden Sonne, ist nicht nur kulturell einzigartig, sondern auch für seine sensationelle Kulinarik weltweit bekannt. Da haben es die Regensburger gut, denn hier gibt es das Sushi-Haus und man muss nicht erst nach Fernost reisen, um die Vielfalt der japanischen Küche zu genießen. Vorbildlich geführt von den Gebrüdern Guyen, die mit ihrem Restaurant ein klares Konzept verfolgen, beherrschen die Mitarbeiter hier die Kunst der Sushi-Zubereitung aus frischen, hochwertigen Zutaten wahrlich meisterhaft. Ein besonderes Highlight ist die Maki-Sushi-Brücke, die auch optisch zu begeistern weiß. Gespeist wird im exotischen Sushi-Haus mit klassischen japanischen Holzstäbchen, wobei natürlich der Sake nicht fehlen darf. Selbstverständlich können die traditionellen Köstlichkeiten auch gerne mit nach Hause genommen werden. Das Sushi-Haus in Regensburg. Feinste japanische Kulinarik im Herzen Bayerns.